Hauptermatte 2 bis 70 Kilo, Dennis Kollatz gegen Jan Brockmann. Nee, aber war ja ein Zut gewesen. Oh, war ja ein Zut gewesen für mich. Weil alle anderen hatten auch ein 3-Dossier. Da haben wir mehrere gefahren. Wir hatten die Rastattel mit dem Link da. Adrian Kohlberg gegen Serkan Bettermann. Es verreitet sich vor auf der Wand 3. Männlich plus 30 Kilo. Ralf Düse-Dau gegen Julian Schinzer. Ach hier, der Sebastian Schlapper. Auf Linden einer. Schreibt mir doch eine Facebook-Karte. Ein Gorilla als Hausbeführung. Naja, sie ist. Das hier macht man so. Ein. B6. 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 Weiter Aufruf auf der Matte 3. Adrian Kohlberg gegen Serkan Bettermann. Stopp! B6. 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 Beinkontrolle, jawoll! Und zieh, 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 zieh! Zieh! Hüfte hoch! Hüfte nach vorne! Beinkontrolle, Beinkontrolle! Beinkontrolle! Nach links ausziehen! Nach links ausziehen! Mit dem Oberkörper nach links! Mit dem Oberkörper nach links! Mit dem Oberkörper nach links! Schön, Sehle! Reiß sein linkes Bein! Geh da rein! Zieh einfach fest dazu! Bring deine Knie zusammen! Wenn er den Arm gibt, ohne den Bein zu öffnen! Er muss arbeiten! Mit dem Oberkörper nach links! Ja, jetzt! Mit dem Oberkörper nach links! Mit dem Oberkörper nach links! Mit dem Oberkörper nach links! Schienbein! Schienbein raufen und nach links gehen! Geh nach links aus! Ja! Weiter, weiter, weiter! Ja! Schön! Wuhuu! Schön, Robert! Dreh dich durch! Dreh dich durch! Schön, Sehle! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir haben einen schnellsten Kampf. Julian Schittler, 17 Sekunden. Ja, nicht so hoch die Hüfte, mehr Kontrolle oben rauf, genau. Mach! Jetzt musst du den Schokab fähren, Selem. Für den Schokab. Es kämpfen jetzt auf Mathe 3, männlich, plus 90 Kilogramm, Samer, Haller, Wien, Peter, Saison, gegen Horst, Fluggarten. Horst, Schlemmer. Oh, jetzt kommt Malle, Malle gegen Robert. Malle gegen Robert dahinten, gleich. Ja, wer ist denn Robert? Robert, muss ich holen. Achso. Ja, Selem, andere Seite den Kopf, war besser. Jawohl. M-10, 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 Säle. Ja, aber bleibt mal weiter unten liegen und da sein. Wir hören nicht auf Heiko. Arbeiten, 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 Arbeiten. Arbeiten, 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 Arbeiten. Und die Griffe, mach die Griffe. Kämpfen, kämpfen. Auf Selem. Ja, dreht, 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 brech. Jawohl. Du wolltest rein, du wolltest rein. Verhinder den Hoch, verhinder den Hoch, Selem. Jawohl. Ja, kenne schön. Basics, Selem. Basics, hinstellen. Hochheben. Jawohl. 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 Ja. Pressure, 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 Pressure. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Druck, 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 Druck. Weiter mit der linken Schulter schoken. Jawohl, schön. Mach den Tee, mach den Tee. Ja, der hört sich an, der wird fritz, Mann, oder? Technik 25 jetzt. Ja, der ist 36. Ach nee, das wird er lieber. Ist ohne G. Mit G konnte später. Ja. Zeit. Aber beide. Okay, aber zu mir. Sieger nach Kampflöchler entscheiden.